Jo, mein Lieben, zu schau, was? Und dann bitte hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, oder neuen Folge Minecraft Skywurst mit Ace Jewelitz wieder an meiner Seite, ey, was geht? Hä? Hey? Hey! Hey! Alter, hast du einen Timer auch gestartet? Boah, nein! Warte, jetzt, wenn du mich jetzt runter schlägst, jetzt hör auf! Junge, piesel dich jetzt, mal irgendwie so ein crappy im Hintergrund, ich weiß es nicht, geil. So, Leute, was heute auf jeden Fall ansteht, was heute ansteht, ist, ich gucke mir die Fortschritte, denn ich weiß es gar nicht, wir müssen eine Redstone-Lampe bauen, und was wir für eine Redstone-Lampe brauchen, ist logischerweise Redstone, wovon wir, ich glaube, gar nicht so wenig haben, oder? Ja, ich habe sieben Stück hier, äh, ich denke, ein bisschen Eisen braucht man immer, ähm, jetzt nicht aufhören, so reicht es langsam. Komm mal mit, ich habe ja was entdeckt. Was hast du denn entdeckt? Zeig mir das. Ich muss hier in die Truhe. Uh, krass, ja, stimmt. Ey, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Ähm, Leute, ich habe mich hier vor der Folge alles hingerichtet, weil ich denke, dass wir, wenn dieses Projekt dann mal zum Ende entgegenlaufen sollte, dass wir dann einen Fight gegen den Ender-Dragon machen, und selbst wenn die Erfolge uns nicht dazu führen, dass wir gegen den Feinden, dann bauen wir uns einfach selber ein Endportal. Und, ja, deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was man für eine Redstone-Lampe braucht. Gucken wir mal. Kannst du mal ein Redstone geben? Ähm, ein Redstone, achso, ja, stimmt, hier. Damit du das Rezept auch sehen kannst. So, warte ich, die Redstone-Lampe? Ne, das ist TNT. Boah, es ist, glaube ich, eine Ding. Plattenspieler. Äh, Fackel. Eine Fackel, ne Redstone-Fackel. Aber normalerweise müsste mir noch das Rezept schon angezeigt werden. Ah, es ist hier und wo, hier, 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 hier. Ja, und aber Redstone, glaube ich, oder? Ja, ja, ich gucke ja gerade bei Redstone, aber ich finde nix. Ich mache mal, ich mache mal eine Redstone-Fackel, vielleicht, ähm, gibt die uns hier den Touch oder so. Boah, Holz, Probleme, Alter. Wir haben echt jetzt nur noch 32 Blöcke Holz auf Locker. Wir dürfen nicht mehr so oft mit unseren Sachen sterben. Das lässt uns, das lässt uns einfach richtig blöd hier alle... Hä, aber jetzt habe ich jetzt auch gecrafted, aber da passiert gar nix. Na, guck mal kurz. Ah, jetzt, schau in deine Rezepte. Was habe ich denn Neues dazu bekommen? Super, ein Redstone-Verstärker. Aber den braucht man das safe gar nicht. Warte mal, was wollt ihr nochmal von uns? Eine Redstone-Lampe. Ja, stimmt. Denkst du, man braucht dafür Glowstone? Boah, ein guter Zahn, Digga. Boah, haben wir irgendwann Glowstone bekommen? Warte mal nach. Also, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich guck mal in... Ja, wir brauchen Cluster. Hast du noch... Hast du noch ein Dir? Das sind eigentlich... Ja, ich muss noch zwei. Ja, aber die habe ich schon. Einen brauchen wir noch. Oh, vielleicht war das doch nicht so klug mit den 2D-Schwert. Oh mein Gott, das ist immer alles exakt aufeinander abgestimmt. Warte, 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 warte ich hier. Ich habe noch einen. Und zwar weiß ich von ihm mir gefallen. Oh, krass. Go, 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 go. Okay. Boah, Alter, wir dürfen jetzt nicht sterben. So. Es kommt runter. Äh, was der Crafting Table? Crafting Table? Crafting Table? Oh, na, oh. Stirb doch jetzt hier nicht. Oh mein Gott. So. Eine Diamantspizzacke. Also ich weiß gar nicht, ob unsere OP-Goldspizzacke dafür reichen würde. Aber ich denke... Man braucht mindestens... Ja, vielleicht ist es in dem Stufen zu... Boah, ich nehme den krassen Weg, den ich natürlich hier gebaut habe für solche... für solche Aktivitäten. Boah, alter Leute, ich weiß nicht, ob ihr noch was seht, aber ich sehe gar nichts. Es ist so hell hier. Hier, moin. Vielleicht war es... Wie braucht man für Netherport... Oder wie braucht man für das Portal? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Zwölf. Keine Elf. Nein, niemals, weil ich ist gerade nur mal 7, Digga. Ach, das ist... Ich weiß nicht, ich baue... Ich habe auch genau 7, wie... Boah, mein Gott, alter, ich baue mal ab, Leute. Und in der Zeit, wie ich das Obsidian-Abbau mache, ich einfach in kurzen Zeitraffer. Also, ich weiß... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 so dass sie gar keine Chance also wird es besser gegeben sind das ist ja so blöd gemacht so ist es denn hinterher Borda auch noch das können wir uns bezahlen gehen ja ich komme ein paar Blöcke dass sich im Ding nun kommt der Boston ich habe es da aber du kriegst voll extrem viel damit schon bloß also du alles an die Seite ist auch los so warte dann kriegst du dir die die zu ja genau bleibst du gleich da weil er kann dir gleich Blöcke geben aber ich lege schon mal die guten Sachen zurück dass ich die nicht irgendwie verliere Alter Leute was steht denn auf der Zeit ähm 5 Minuten noch also wundert euch nicht Leute dass es ein bisschen kürzer ist es ist halt aufgrund des Zeitraufes aber ich frage keine Ahnung schreibt einfach mal in die Kommentare was ich mich hier runterkommen soll oh mein Gott schreibt es einfach in die Kommentare wenn ihr längere Folgen machen haben wollt weil dann ploppy dann lasse ich jetzt direkt mal eine Abstimmung aufploppen so jetzt hier irgendwann und vergisst ihr eh wieder mit Ansage ich ver... hä aber ich vergesse die ja ab und zu vergesse ich die mal aber wer ab und zu eben eigentlich als ob du jetzt gestorben bist hier kommt die Blödsinn von Klostern ran ist ja alles scheiße hier ich bin jetzt runtergekommen so wie soll ich jetzt konnte ich mir herkommen jetzt hier ist das Zeugling kann kommen nirgends von Klostern ran kommst nirgendwo oh mein Gott die kämpfen hier richtig ich unterstütze euch im Kampf ah aber jetzt nicht helfen oh mein Gott oh ich glaub's einfach in Enderportal bitte auch gebrotet im Bekert oh mein Gott denkst du dass du das denkst du das dann im End auch eine Border ist äh die gleiche geht gar nicht scheiße hier geht grad richtig die End oh mein Gott ich guck mal äh was sagen die Fortschritte also was labere ich hier eigentlich was wollte ich denn grad gucken ja die Redstone ähm da warst auf der anderen Seite richtig viel Damage schaffst du ja also nimm das 0,2 mal Klostern ähm das Ding ist aber was ist das du hast mich wieder runtergeschlagen oder das war safe wieder du gell nein labere doch kein scheiß ich hab einen Schlag von hinten bekommen wie war das nicht wer soll es sonst gewesen sein ja moin ich komm alle durchs Portal durch das war's dann wieder komplett ich sterb wieder ich bin lebendig begraben ich bin noch verbrannt was für lebendig begraben Alter ja aber ah ich hab ne Idee wir könnten MLG Copweb machen haben wir Copweb Copweb ähm wie craftet man denn nochmal Copweb einfach so komplett hä ok dann craftet man Copweb nicht so ich verliere wieder die Zeit aus den Augen eine Minute noch Leute oh mein Gott zack alter bam 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 hä aber gibt's Copweb gar nicht mehr oder wie sieht es hier aus doch heißt nicht oh hier ist alles gebucht gegangen Digga ja ich weiß die haben so gekämpft bla 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 wir waren ja die ganze mehr sie waren ja die ganze nacht über weg weißt du ja wenn wir jetzt noch wechseln dann dürfte gar nicht spawnen Digga ja aber wir waren ja am Leben sozusagen noch und 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 die Schneemänner die haben verloren weil die Schneemänner gewonnen hätten da wären da wären einfach nicht Zombies durch unser Portal gelaufen das war's dann wieder komplett man also ich geh da mal offline weil gell ja mach ich mach das dann würde ich einfach mal sagen Leute das soll's von der Folge gewesen sein weiter geht's dann bei AchtruLens in seiner Folge schaut bei ihm vorbei link ist in der Videobeschreibung schaut in der Playlist vorbei ich sag hab ich ja nicht noch nie gesagt die Playlist ist nicht in der Beschreibung welche Playlist die du vergessen hast die Playlist ist nicht in der Beschreibung verlinkt aber die ähm die Playlist müsste irgendwo aufploppen in der Endkarte oder so keine Ahnung dann würde ich einfach mal sagen haut rein macht's gut und ciao und